Willkommen bei dem Psycho-Po-Bei-im Katzenkörbchen! Danke für den Support und die Unterstützung! Oh! Es tut mir sehr leid, was ihr heute alles erleben werdet, wenn Franz Sims erstellt. Es werden Dinge passieren, vor denen ich Angst habe. Aber die sieht ja niedlich aus auf einmal. Ach genau, weil die Augen verändert wurden! Was ist denn das für ein Scheiß? Dankeschön! Niemand verändert hier die Augen von Dieter? Die Nase ist auch verändert! Ein Blödsinn! Das war die beste Nase auf der ganzen Welt! Franz einfach so, die Regler bis Anschlag! Pass! Oh Mann! Die Frau klingt männlicher als Franz, du hast aber auch keine Leistung. Boah! Was ist denn mit euch kaputt? Ey, selbst ich habe eine tiefere Stimme als du. Frechheit. Absolute Frechheit! Oh Gott, Hanni nimmt Franz dieses Spiel weg! Oh, die Nase gefällt mir sehr, sehr gut! Das ist echt richtig gut! Das ist ein Kunstwerk! Also das kriegt die Natur nicht hin! Ich möchte eine gut aussehende... Mutti. Mit der Nase. Oh! Von vorne geht's halt! Wie willst du sie küssen? Du siehst die auf Tinder von vorne und denkst dir, ja, ne? Ist okay. Ja, 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 ja. Und dann kommt sie dich besuchen und dann kann... Und dann siehst du die von der Seite und denkst dir einfach nur so vielen Dank. Warum schmeißt Franz ab jetzt nicht immer den Laden und nennt sich Honeyball? Weil es bei mir Honeyballs wäre. Ich bin schwer enttäuscht, wenn du dir nicht auch so ein Sportoberteil zulegst. Okay. Ich habe sowieso schon gesagt, ich habe ja Just Dance für die Switch, ne? Ja. Das Oberteil, die Schuhe. Machst du dann Just Dance? Klar. Das ist der taktische Zensureuro. Ich finde es mal gut. Die ganzen Zensureuros, die da reinkommen. Oh, ich kann nicht. Kostamuja hat auch statt 100 Euro immer einen. Einen, 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 einen. Eines immer vollgespächt. Mach das nicht. Hulu. Ich habe ein sehr langes Gesicht. Ich glaube, mit dem arbeiten wir jetzt... War zu lange in der Gebärmutter. Es ist so schön. Ich könnte kotzen. Ui. Das hat Bumpt gemacht. So, warte. Das ist... Da blutet einem das Bauerherz. Wollen wir das nicht machen? Ja, bitte. Jetzt wird das... Jetzt wird das... Ach so, shit. Ich hätte es einfach nur ziehen müssen, ah? Einmal hättest du es komplett drüberziehen können, aber auf der anderen Seite... Hast du gerade mein Dach kaputt gemacht? Ja. Nein, ich will es verbinden. Isa. Ich möchte, dass das hübsch ist. Das ist nicht hübsch. Du machst halt alles kaputt. Die Strohlecher. Auf jeden Fall. Die pinke Strohlecher. Das ist ja albern. Dass der halt immer noch happy ist und hier rumschwimmt. Ist der behindert? Gut, der hat auch noch 100 Mal rumschwimmen in der Zeitliste. Ist okay. Bitte sag ich, dass Franz alles machen darf, was er will. Doch heute ist Franz-Tag. Heute darf Franz mal in Zins alles machen, was er will. Also wenn das nicht hilft, weiß ich auch nicht. Guck mal, die hat bestimmt schon die vergessen. Scheiß Feuer, sie leckt in dem verfickten Kackfeuer. Und es ist ihr halt egal. Es ist ihr halt so egal. Nein, Dieter, Dieter. Dieter, bleib stehen. Dieter. Dieter, bleib stehen. Dieter. Dieter, nein. Dieter, nein. Nein, Dieter, nein. Ich hab das weggeklickt, Dieter. Oh, ich will die Beute. Nein. Jetzt wird das Kind erst mal gealtert. Nicht mehr raus. Lass dich jetzt hier weiter entspannen. Ich frag mich, wie stark man das übertreiben kann. Ja, ja. In der Sonderkammer, das ist schon gefährlich, Kinder. Ripp. Mal weg. Oh, schade. Die kocht halt nicht mal. Speck, Tomaten, Salat, Sandwiches. Genau, wenn ich einen Catering-Service bestelle, einen teuren Catering-Service, dann macht die ein Speck, Salat, Tomaten, Sandwiches. Das ist so schwer, dass du einen Caterer dafür brauchst. Brot, Speck, Tomaten, Salat, Brot. Fertig. Koch jetzt weiter, du dumme. Wie viele sind tot und warum? Drei sind gestorben. Noch drei? Ja. Geil, wodurch? Einer an Schamgefühl. Wir haben Pommes noch 300 Millionen Mal versucht zu verbrennen. Dann ist ihr Vater ins Zimmer gegangen und verbrannt. Was, Moment, der Einzige, der überleben sollte? Nein! Wie hieß der? Das war Harry. Harry! Du warst nie für mich da. Ja, das war schon. Immer wenn ich dich gebraucht habe, wenn ich einsam war. Und die Küche im Flammen stand. Harry! Du warst nie für mich da. Okay. Du warst nie für mich da.